Herzlich willkommen bei Intermedia Solutions. Das Menü-Modul bietet dir die Möglichkeit eine Menüstruktur aufzubauen, um durch deine Eventpage navigieren zu können. Wähle hierfür die Ausrichtung der Menüpunkte, definiere Farben und Schriftgrößen und lege fest, auf welchen Seiten das Menü angezeigt werden soll. Füge die Menüpunkte zum Beispiel mit Icon hinzu und verlinke auf die zugehörige Projektseite oder URL. Durch Inhalt statt Link wird ein seitliches Menü aufgeklappt, in dem du deinen eigenen Bereich definieren kannst.